Hey, ich bin Marlon, ich bin 19 Jahre alt und bin das nächste Mitglied der Tanzstube. Ich komme aus Bayern, genauer gesagt aus Unterfranken. Ich zeichne und lese gerne. Ich spiele gerne Videospiele, zum Beispiel Assassin's Creed. Meine Lieblingsteile sind der erste und Origins, einfach weil ich die Thematik am interessantesten finde. Ich spiele auch gerne Zelda. Meine beiden Lieblingsspiele sind Breath of the Wild und Majora's Mask. Ich stehe auf Star Wars und Marvel. Die Filme, die Comics, die Bücher. Ich habe ein Fable für Real Crime. Ich schaue gerne Medical Detectives und lese gerne Krimis und Bücher in dem Bereich. Ich schaue gerne Dokumentationen über Gerichtsmedizin und sowas. Ich möchte auch sowas später beruflich machen. Ich bin Cosplayer. Momentan arbeite ich an meinem Star Wars Cosplay und an meinem Riverdale Cosplay. Ja, ich mag Haie. Das sind meine absoluten Lieblingstiere. Ich habe auch einen Heizahn, das ist mein kleiner Glücksbringer. Ich habe eine Katze, sie ist ohne Zahn. Sie hängt meistens bei mir rum. Gerade ist sie draußen. Sie ist ein Freigänger. Ähm, ja. Zu meinem Transweg kann ich sagen, ich bin geoutet seit November 2014. Ich bin in Therapie seit August 2017. Ich habe meinen Alltagstest so gut wie hinter mir. Ich warte auf meine Indikation. Ich bekomme dieses Jahr Hormone. Ich stecke gerade im Prozess, was Namens- und Personenstandsänderung angeht. Wer sich damit ein bisschen auskennt, weiß, da ist ein recht großer Kostenaufwand und Zeitaufwand nötig. Also ein bisschen Geduld, bis das durch ist, bis ich da das Geld zusammen habe, werde ich den Ergänzungsausweis nehmen. Den beantrage ich, also habe ich beantragt. Und ja, so sieht es mit meinem Transweg bisher aus. Ähm, ja. Später kommt noch ein Video zum Thema dieser Woche. Stealth oder nicht. Bis dahin. Man sieht sich.